Tag, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Flash Game nach langer Zeit und zwar zu Burt Salon 2016. Ja, und ich wollte hier auch... Oh mein Gott, was ist das? Guck mich nicht an. Geh mir aus dem Weg. Okay, Schere? Hä? Achso, ich kann Model nehmen. Okay, achso. Hä? Ich hab hier gar nichts grad. Da sind Scheren, äh, da sind Haare. Obwohl ich... Hä? Da fliegen Haare rum? Boah, wie innovativ, Alter. Guck, wir machen mal so, ja? Alter. Alter, guck mal, Pixel für Pixel. Ähm, geht das hier so? So. Alter. Zack. Nee, nee, nee. Hallo? Alter. Guck mal, Alter. Ist das innovativ, das Spiel? Was ist das? Komplett ab, ne? Oder? Ja. Nein. Stoppeln. Äh, guckt, Leute, Alter. Oh, nein. So. Ich will nichts Falsches sagen, aber... Du siehst... ...super aus. So. Was ist das? Ja. Ja. So. Können wir jetzt überall rein? Schade. Hier, schön im Auge. Hey, warte doch mal. Okay. Keine Ahnung, so. Rasierer. Die müssen komplett ab. Junge, ich glaub... Ja. Kommt, so schlecht siehst du nicht aus. Das sieht... Das sieht... ...sehr... ...toll aus. Also... Hahaha. Oh mein Gott. Also, wenn sie so rausgehen. Ohne Scheiße. Oh, Entschuldigung. Oh mein, das ist einmal so lächelig. Oh mein Gott. Okay, machen wir weiter. Äh. Hä? Ach so. Jetzt können wir Schnurr... Wisst ihr? Wir lassen den Schnurrbartei dran. Und jetzt kann man sich einen... ...neuen aussuchen. Den man rasieren kann. Was ist das denn? Ja. Kann man Model ändern? Irrelevant. Hm. So. Nimm wir mal den. Oh, was ist das? Ach so. Man kann immer... Ja, hier wieder... Ah. Okay. Ja. Hm. Warte mal. Machen wir so. Keine Ahnung. Come. Ach so. Jetzt können wir die Haare nehmen. Man kann sogar Haare schneiden, oder wie? Hä? Okay. Ach so, ist einfach nur Model, ne? So. Nimmst du einfach mal das. Okay. Können wir wieder... Was? Was hat das jetzt noch mit dem Bad zu tun? Äh. Äh. Nehmen wir mal... ...schwarz. So. Oh, guck mal. Man kann sogar ein Foto machen. Aber... Warum soll man denn den Bad rasieren? Und am Ende kann man sich wieder einen aussuchen. Wo ist der Sinn? Ohne Scheiß. Es ist grad so... Also ohne Bad würde er aussehen wie Klaasian Hünteler. Ähm. Ja. Hm. Okay. Aber... Hä? Was ist denn der Sinn, der spielt? Okay. Guck mal. Perfekt eingefügt. Was ist das denn? Ach so. Boah. Seht ihr, wie perfekt eingefügt sowas sein kann? Oh. Guck mal. Man kann ein Bild machen. Das mach ich aber nicht. Weil ich hab keinen Bock, sowas auf meinem Computer zu haben. Naja. Wie ihr gesagt. Kurze Runde. Ach ja. Ich wollte nur eine kleine News hier noch einfügen. Und zwar haben wir heute ja Mittwoch. Ihr kriegt das immer Donnerstag gesucht. Ihr kriegt das Donnerstag. Äh. Da ich ja immer einen Tag vorher aufnehme. Ähm. Und zwar habe ich heute. Also nicht heute, sondern gestern kann man schon sagen. Ähm. Entschuldigung. Ähm. Was gemacht. Kann man... Ja. Also. Ich fand's... Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte überall wirklich... Ähm. Äh. Überall Spaß. Natürlich bei Let's Playen auch. Aber. Ähm. Das dauert halt seine Zeit, bis es fertig ist. Sozusagen. Ähm. Daher werde ich erst mal YouTube wieder auf ein Video pro Tag minimieren. Sag ich jetzt mal. Äh. Runterstufen. Äh. Weil ich das, glaube ich, jetzt wirklich auch so mache. Wenn ich halt jetzt das Video fertig geschnitten habe, dass ich das gleich mache. Weil ich habe so viel Spaß dran. Genauso viel wie ein Let's Playen. Aber falls Leute, die sich jetzt noch ein bisschen gefreut haben über ein zweites Video, äh, Spielebibliothek, äh, überhaupt noch zwei Videos pro Tag bringen. Ähm. Ähm. Erstmal nicht, weil... Das hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Natürlich das Let's Playen auch. Aber... Äh. Es war cool. Es war mega befreiend. Sag ich so mal. Aber ich will nicht zu viel sagen. Ich glaube, sonst geht mein Gelaber noch weiter. Äh, weiter. Ja, natürlich. Äh. Noch länger als das eigentliche Gespiel... Eigentliche Gespiel, ey. Eigentliche Spiel. So. Äh. Naja. Ich höre so. Hä? Was? Irre, Mann. Vergiss das. Äh. Ich freue mich über jeden Dislike. Und dann ciao. Ciao.